ja liebe freunde damit begrüße ich euch hier zu einem special und zwar die 100.000 views haben wir uns mal einfach überlegt ja wir machen hier mal keine ahnung halbe stunde treffelstunde ttt einfach mal so als dankeschön oder ja und mit dabei ist ein bisschen zu sechs mit dabei ist einmal jonas hallo trissi dann ist dabei jannis hier und dann ist noch dabei senseless und dann noch thomas er ist später so als ich bin ihnen sind als ich hätte gehabt josh joshua keine ahnung abschließend ich habe ihn gegen klaus auch nicht gemacht ja eben dass das jungen schulden und nicht okay ich bin mir mit später feste ich bin ich entstanden oder von jahrs wo es in der goldblock Warte, der ist ja mal an einer anderen Stelle, oder? Okay, Sensor, es ist bei mir. Was ist das für eine Leiche? Das ist eine Fake-Leiche. Es ist Juli! Nein, ich bin es nicht. Das ist eine Fake-Leiche. Warum? Ich kann sie nicht echt. Okay, wer lebt denn noch? Alter, du hast geredet, wo du schon tot warst. Wer? Ich war nicht tot. Doch, du warst tot. Ich bin gerade umgefallen. Ich habe dich aber fliegen sehen, da hast du geredet. Sie können sich mein Teleporter nicht mehr machen. Juli, warum hast du mich gefilmt? Du warst so auffällig. Jo, das war ja so. Random-Killer. Warte, das war dann keine, ähm... Fake-Dasche. Hier ist vorbegriffen Ei. Warum haben wir eigentlich nie mit Traitor-Tester gespielt? Ich habe den Goldblock gerade gekauft. Das ist langweilig mit Traitor-Tester. Ne, nur wenn wir 14. Traitor-Tester verboten sind. Spielen wir jetzt mit oder ohne? Ohne. Nein, ohne. Wenn wir Traitor wären, könnten wir mal machen mit uns. Ja, okay, dann ja. Dann spielen wir jetzt mal ohne. Hier ist eine Leiste. Juli, wir zahlen alles zusammen. Das ist ein großes Server. Ja, klar. Wir fragen einfach, ähm, den Spender. Ja. Böser Traitor. Ich bin böser Traitor. Böser Traitor. Böser Traitor hier. Okay. Okay. Achtung von hinten. Das ist ein Kopf. Ich bin dort auf K. Weil mir einer dauernd in Skype schreibt, weil er mit mir neuerhaft mal einer irgendwie Boxen aus oder was ist. Okay, okay, komm, komm, komm. Ja. Ausnahmsweise finde ich's mal nicht. Tistenzeles, bist du innocent? Ja. Wirklich? Ja. Okay. So. Ich hab Schaden verloren, ich hab Schaden verloren. Okay, 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 okay. Und Boxen fängt an. Ich hab Schaden verloren. Hey, ich hab Schaden bekommen. Ja. Boxen, Boxen. Boxen, ich hab geschlagen. Boxen. Dann will ich den Saunen schluss in die Fresse geben. Ne, ne, ne. Okay, dann ich warte. Okay, warte. Okay, warte. Wir sind hier alle zusammen, oder? Ne, ich bin nur, ich sammle gerade die Diamantglocke, damit wir gewinnen. Okay, warte. Okay, warte. Wer ist hier? Wer ist das? Wer ist das? Ein Diamantglocke ist im Nieder. Ich hab den gesehen. Das ist doch auch langweilig. Ja, jeder kann den halt aufhalten. Loll, was war das? Ist auch gut. Loll. Da hinten. Hier. Es sind zwei. Eine Information. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich warte, ich schau mal hoch. Warte. Warte. Okay, wer fehlt? Warte, wer fehlt? Ich bin gerade runtergefallen. Ich komme gerade runter. Ne, hier ist Jonas und Yannis. Ich hab fünf HP. Okay, hier ist Rissi. Wer kommt nach unten? Wer kommt nach unten? Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Verdacht auf Senseless. Achso, Lava. Bist du gestorben oder was? Ich weiß nicht. Und nicht Lava. Hab ich gerade gesagt. Ah. Also ich hab gerade den Verdacht auf Senseless, weil er gerade alleine oben ein Traitor ist da. Ah! Wer hat geschossen? Wo ist dann die Lasche? Okay, wer hat gerade geschossen? Ich nicht. Wer hat doch niemand geschossen, oder? Trissi hat doch kein Leben. Juli und... 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 Wer lebt noch? Hä? Ich lebe doch noch alle. Nee. Ja, doch. Der... Der eine hat ja gesagt, dass er tot ist. Thomas? Thomas ist tot. Nein, Thomas ist... Thomas? Thomas? Oder er sagt natürlich nichts. Thomas? Hm. Ich weiß nicht. Hä? Hä? Hä ich denn? Juli! Okay, okay. Du. Oh shit. Oh scheiße. Nein! Ich bin einfach mal rückwärts in die Berggrunde gefallen. Ey Trissi, war das nicht ein bisschen spät? Nee, ich habe es genau in dem Moment gesagt, wo sie hinter mir gestanden bist. Es kam nur viel später an. Okay. Lol. Ich höre richtig, wie meine Stimme viel später bei euch ankommen. Und meine Leiche liegt irgendwo hinter der Lava. Okay. Werd hier boxen? Frage ich mich auch die ganze Zeit. Janis, durch was bist du gestorben? Redet mal was. Okay, weil senseless ist das, glaube ich. Was? Das ist echt oder? Das ist echt oder? Das ist schon. Dann sag mal was laut. Nee, das ist wieder gehört. Nee. Bei mir ist nicht. Also bei mir ist es auch nicht. Ich habe keine Boxen. Ich habe keine Boxen. Ich habe keine Boxen. Jetzt erst mal nicht. Okay, okay, mach mal. Ich habe Boxen, aber ich habe nicht angeschoben. Äh, soll muss ich gerade was passieren? Äh, ich bin, also, äh, ich bin in die Helle gegangen, um ein Bier zu zu drehen. Dann bin ich ja gestorben, weil ich bin da. Ich bin treiter. So, okay. Wer hat gesagt, dass es zu dreht ist? Ich bin treiter. Okay. Ich bin gar nicht von Schorn gekommen. Ich bin innocent. Ich bin runtergefahren. Wie geht es jetzt schon mal hinter dich? Warte, ich brauche dich mal nicht. Warte, ich brauche dich mal nicht. Warte, ich brauche dich mal nicht. Warte, ich brauche mich mal nicht. Ja, was, 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 wo? Nee, wenn ich sterbe... Bist du das im Haus? Da ist aktiviert, also... Okay, was? Okay, was? Ja, gut. Ja, gut. Okay, okay. Da war's irgendwo unten, da, am Arsch der Welt. Oh, ich lebe noch. Ich war zwei Stunden in der FK. Mach zwei Stunden. Du, 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 du. Okay. Okay, warte, okay. Und jetzt den Hebel. Den Hebel? Ist das hier der Hebel? Nee, warte, warte, warte. Einer fehlt. Einer fehlt. Den Hebel, nicht den Knopf. Nee, 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 nee. Warte mal. Ich will nicht. Nee, warte, jetzt geht mal einer rein. Ich will, was, ich will, was Witziges machen ist. Nee, nee, nee. Dann kommt er mit der Bummel mit der komische. Jetzt kommt doch rein, jetzt geht er rein und geht er ihm nicht. Ja, nee, der Trader kann machen, dass es Alarm schlägt. Das heißt, dass er Trader, wie er Trader... Okay, Giga stand grad still rum. Ja. Ich hab' geleg' ... Okay, dann geht er nicht rein. Ja, Giga stand grad still rum. Ja, ganz still. Ja, Giga stand grad still rum. Okay, äh, Giga, geh rein. Ich hab' was geredet. Dann, Giga, geh rein. Giga, geh rein. Giga, geh rein. Wie ist Jonas? Ja, einfach rein. Ja, geh rein, geh rein. Geh rein, geh rein. Und, das sieht... Ich hab' aber grad, äh, Tofka geredet. Ich hab' ganz still rum. Ja, wo ich gerade geredet habe. Ja, aber du standest ganz viel. Wetten, du warst im 10 Min. Ich hatte die Lala-Bombe. Na, das ist meine Lala-Bombe. Die Lala-Bombe. Hätt' so lange gedauert jetzt. Ah, ich hab' nen Trick gelesen, den muss ich dann gleich mal testen. Du meinst, wie man zu fast 100% alle töten kann und keiner was bemerkt. Ich? Ja. Wie geht denn? Sag ich nicht. Du, äh, machst... du hast Kamil, HMH? Ähm, bist du so ein Gokko und Anja? Und du bist unsichtig. Ah... Keine Ahnung. Wir werden mir hier... Ah, Alter. Ich sag' so, ich hab' schon mal das geeignete Sachen dafür, dass ich's machen kann. Ja, wenn du Täter bist. Ja, du machst du... Das will ich auch mal als Endocenter testen. So, wo's der... Warte, scharf, mit der Leuchte und dann hab' ich ein Goldblatt fest. Da hab' ich's noch mal gesehen. Enno, Enno, Enno. Enno. Ich bin bei Giga. Okay, ich hab' schon was ich hier drin... Wer okay, wer wirft hier Insti-Darys? Ähm... Ich hab' sie von Anfang an schon geworfen, weil sie sonst dann wechseln. Okay, äh... Ich such' ich such' mal, äh, jemand... Da unten, da unten drin, da unten drin. Ich sollte nicht alle alleine bleiben. Der ist ein Scherben gekommen. So, okay. So... Man soll... Da oben ist ganz verdächtig, wer sind das? Das bin nur ich. Ich bin Indusend. Das schon. Das bin nur ich. Nur tu. Okay, ich hab' den ersten Goldblock gefunden. In der ersten Seite ein Diablassort. Okay, warte. Na, Janis, was machst du da hinten? Ich rube mir ein und... Ne, ich baue hier... Und hier kommt jetzt zu mir. Trissi weg. Trissi runter. Ja, ich hab' nur noch keinen... Nee, ich hab' auch keinen schluck. Ich hab' noch einen... Oh, ich hab' noch einen... Ein Tierblock. Das ist der Goldbrook wahrscheinlich im Netz oder. Nee, ne, ne... Ne, ne, ne... ...und in den Never ist ja noch nie gewesen. Und ganz links noch einer... Hier da ganz unten... Ich hab' den nächsten... Wo muss man hier hin tun? in den Ofen von dem Juli was hätte das Juni Trader Restort was noch Leichen Juli hat noch ein paar Maus gehört zu reden da muss es Trissi sein weil Trissi war nee bei ihm doch ist noch so der ist eben wo ist die Leiche von Juli wir haben uns nachzuholen das ist 6 nur nicht ahm haben wir alle Goldberg aus dem Never schon ja ich glaub schon ah äh irgendwas schießt zenseletz hat jemand erschossen oh scheiße oh manch warte wieviel Goldberg noch gefehlt auch 2 manch du meint Diabloge es wäre besser wenn wir 2 Trader werden ja ich versuch das einzustellen ich red mit ihnen ja toll hier wär noch ein Diabloge Juli 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 für die äh für die Konsole nee hm wer hat eigentlich Trissi erschossen wahrscheinlich wahrscheinlich sind zu lösen ich hab ich hab Trissi erschossen hey Juli hat noch gelebt ja doll ja alle beschuldigen mich äh ey wie sagst du meine ja weil Juli hat nichts mehr gesagt und du was weißt du was schweigen Geweck Trissi ich will jetzt mal hier rüber also chill mal mann 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 ich werde ich werde ich so noch nicht weiter nee das denkst du ich bin erinnern ich hasse mein Leben Geweck 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 diese kleine Hausten du bist du musst mit Schitter auf das kleine Haus ja beim Portal ja warte ja egal warte hier irgendwo ist der Goldblock äh Tierblock ich glaube der Juli ich habe gerade ich habe einen einen der hat einer den Dirblock gesehen der oben auf dem Dach war ja warte ich kann mal schauen komm mal schauen ich sehe mich doch keine ich habe meinen Liegsten so oh ne ich habe ihn reingeschubst haha in die Dawa Hallo ja kannst du da reingehen die Dawa kann man was wo wo rein dann noch ein Dirck dann noch ein Dirck so der Sänsel ist die Konsequenzen an ja jetzt können wir hatten immer ganz gut weg wer steht ich sehe keine wo sind die Garteflechte dann so ich nehme den Weg zu neben muss noch ein zweiter wir sind zweifelt wir sind zweifelt okay okay jetzt habe ich mich schon gedacht nur das macht die Reine Fett alter warte ich komme solche Hölfe Juli liebste noch Juli Juli ich glaube ja ich glaube nein ah ah Alter ich habe Feuer wie brauchen wir noch ähm 5 noch 5 5 so das hoffen wir nicht noch obwohl doch also Nässe können die nicht sein oder doch doch auch im Netz ach so Nässe kann man das Goldblock nicht sein nicht unbedingt doch eher seltener also ich habe ihn dort noch nie gesehen äh ich habe Giga gefunden okay ja ich schaue die ganze Zeit ähm ich glaube es Giga Chip wieso ja ja fuck ich glaube Giga Chip hat grad ähm Sensus getötet sehr echt wie irgendwer schießt auf mich Giga Chip schießt auf mich Giga Chip Giga Chip von oben von Turm fuck Mann das kann es nicht wahr sein wir brauchen es selber scheiße jolo ja du kriegst mich nicht was hat ich habe ich habe keine Muni mehr ich habe vergessen zu laufen ich wollte gerade schießen auf Amma ja man hat sie noch klick gemacht das ist nicht mehr ich habe mich nicht mehr sichern umgegangen mann ich wollte eigentlich mit teleporting benutzen das ist nicht der Ernst was wenn man das Mindergrund mein Vater und das ist gerade die Feuerwehranlage er das wird man ich dachte mir schon mal geht nämlich bei dessen hat die Portemonnaie aus dann war es so weit ich so richtig schön Alter ey das ist meine Schuppe wir weg von meiner Schuppe ich stehe da oben weil ich weg mir ist mir keiner mehr was mir Julia gab es sogar einen gleichen Ton auf was ich gegeben und keiner hat mehr geschaut Joni Joni ja und ich habe auch ein leiser Ton gekämpft ich habe auch ein leiser Ton du bist ah hab ich einfach alle mit das Neife getötet habe Jonas ist bei mir Jonas ist bei mir Jonas ist bei mir wenn ich da sterbe ist es nie Sonnen wie soll ich dich nennen Geh du Bär Geh du Bär Geh du Bär Ja schön ich töte dich jetzt von hinten Ich töte dich jetzt von hinten Ich töte dich jetzt von hinten Ahhhh Warte wer hat geschossen Ich Warum Weil ich ÄH GIGACHOP wurde von hinten Wurde geslippert Scheiß Von Keine Ahnung Triss hier hast du einen Snipern die du auch verschockt kannst Ich habe den Goldblock gefunden Juhu Party So ey Ich bin unter Ey Jonas Lol Er hat eine Snipern und war der einzige in der Umgebung Aber ich habe noch niemand erschossen Ne Wer hat ihn dann erschossen? Das war Jui oder? Nein Wer hat den doll Wer hat den Mannes das heißt nicht immer wenn sie dann sind es sind sie und so lieben ich habe die Dächtigung ich weiß nicht ich will es mal geheime Technik aus dem Umweg nicht enthalten kann und die geheime Technik einfach umsprüllen nein ist richtig gut durchdacht nicht einfach einfach auf diskoniert nein wird man nicht für mich kann sogar selber bei der Technik ja ein einmal ich spiele es in der Nähe Falkett Kugel Eichhörer Hälschen hier künftig wo die Gruppe an den Weg wenn sie es umgehen um die Uhr keine Ahnung mit ihm werden nicht mehr okay zum Glück direkt ich bin sicher auch die März ist groß und ab und das ist ein bescheid auf dem bei Schottgarten der nächsten ab und auch ganz gut sein in der Pflicht und jetzt ja wenn es beherrscht aber nicht so wie ich ja er hat die Karnikia die Blüten der genutzt dabei hast du und richtig gut gemacht dann kommt sich irgendwie vorhin ganz schön vor ich will ist und wirklich stimmt ich weiß auch es wackelt auch so stark um ein Gott diese Bewegung wenn ich werde nicht mehr aber auch die Stördiener ist es hier mit der Pistole warum er es ist auch ich hab sie sind jetzt in Kabine 1 13 jetzt was ihr Bett in Kabine 1 so geht um die Kuhmann kann den Kühlschrank öffnen die Lohn ausdeckend die Pelo Bär wenn ich der Bestellte Städte Bede Wettbewerb er hat er sich auf jeden Fall und ich muss mal ein Fenster zu machen ist die Schmerz was er nicht so gut nicht nach Feuer das ist das gewesen das kann sich für mich noch so eine Feuerwehr ist gerade gehört wer hat es gerade gehört was die Schwing wenn ich sterbe es ist Chrissy Achso er stimmt es sich um mich jedes Mal den Trick mit dir ausprobieren ich habe warte ich mache nichts aber wird der Fakt was wir machen ok wer war das hallo hallo Chrissy Boah du kleiner Hohmann ey Thomas ist eigentlich überhaupt noch jemand am Leben Juli auf mich wird geschossen ja von ja von ja von äh Gigachip ja wo keine Ahnung ich bin jetzt auf der Darmtoilette da und das für Geräusche ähm das ist Thomas verrückt alter wo seid ihr Keine Ahnung, aber ich glaube, er verfolgt mich noch. Warum steh eigentlich ruhig? Das macht jeder Traitor. Kennst du mich nicht? Warte, 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 hier ist Blut. Warte, hier ist noch mehr Blut. Das sind zwei! Ja. Die haben sich gegessen. Nein, bitte 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 in die Bochmann! Alter, war das Genia! Das war echt geil. Ey, wer hat... Ich... Hey, hat die euch gegenseitig? Weißt du eigentlich, wie ich das gemacht hab? Wie? Was, der Feuerkanater hat in die Hand genommen? Ja, und dann einfach in die Hand gehalten. Und dann waren wir halt besuchten. Das ist also geil. Ja, ich gebe auch das Fenster. So. Hey, wie kannst du die in die Hand halten? Einfach... Ja, einfach in die Hand lassen. Eigentlich geht's mit der Explosion. Also, ich muss immer mein Fenster zu machen, weil dann stinkt der Feuer in meinem Fenster. Der hat ein Giga-Chip gemeint. Ja, komm, ich mach halt die geheime Technik. Dann guck ich sie so an. Und löst sie. Hafa, aber... Und das war schön. Hey, ich hab gedacht, weil Thomas lacht so, ich denk so, hä? Was ist jetzt los? Das war schön. Das war schön. Ich glaub, es wird jetzt Juli. Ne. Ich glaub, es wird gleich Spiel. Wir wollen wieder darunter. Wir werden wieder zurück. Wir werden wieder zurück. Wir werden wieder zurück. Wir werden wieder zurück. Wenn die Sterne, es ist Tressie, auch wenn es sonst losgeht, aber trotzdem jetzt nicht mehr übersetzen. Ich auch mich bin gerade deprimiert. Ich bin drückt. Ich bin gleich. Hey, ich bin drückt. Ich bin drückt. Ich bin drückt. Ich bin ganz böse Traitor. Okay, drückt jetzt, glaube ich nicht, wenn Sie sich einfach umdrehen. in den Hälscher verbossen ich könnte ich ein Hälscher verpassen obwohl ich nicht dass wir es sei doch er hat geschossen er hat Gott geschossen sind es nicht ich sehe keine meine Nähe ich weiß obwohl es sagt mir geht es nicht wusste und ich weiß nicht wie alle ich habe jemand gehört und dann sind die Schwangerhälfte die Mündigung er braucht jemanden mit Ecken er muss halt hier Janis machte ich habe geschossene Scheibe ich sehe es gibt es nicht das ist ein also einmal stets aus und sicher eine Scheibe und zum fixen Warte muss er hat man bleiben und sind die alle er in mir das sind ja dann schießt nicht tot bin es ist gegangen ich glaube so können es ist nur so ja muss halt die Städte ab die Tüge in Reinhardt wenn man auch ganz vorne am Schiff geliehen er ist jemand das in den Wartel ich bin ich ich bin weil ich in der Tür fest jetzt nicht alle übte Stieger ich würde ich jetzt aber ich glaube ich habe und dass sie gesehen haben und ihr habt die Gäste bei mir die Gäste in die Gäste wenn ich jetzt in der Strecke der Tod Sennlis 9 doch ich kann den Sistema auch schon zweitig war er hat nicht Sennlis redet nicht mehr in dieser Welt haben für Hütte was ist es ist die Trissi 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 und ich glaube dass ich nicht in ich glaube dass es sind dieses Träger Köln Wurzeln kommen wir haben ja das der ist beim Schiff auf dem Schiff die Niederlässe sind alle auf dem Krieg 8 m der wir sind ich glaube ich glaube in der Räuptin Trissi halt nicht auf mich der Rechte ist auf mich Prozent und die was sie hatte mich geschossen ist sie tot Sie schießt auf mich! Alter, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Oha. Alter, er schießt so auf mich, Alter. Ich habe es in deine Hand getroffen. Juli! Hä? Ich habe die ganze Zeit gelebt. Ja, warum sagst du nichts? Spannung. Und das hat alles damit zu tun, dass du nichts sagst. Okay, ja. Dieser Mund ist auf. Das war's. Ich habe das alles. Warte, warte, seid mal so, seid ihr kräftig. Ja, genau. Wie die so sieht. Gott, ich bin auf der Sprache. Eine Mac 10. Ich habe ne, Max 10. Also glaub ich mal nicht so schlecht gemacht für mich. Aber ich war einfach so deprimiert, dass ich in Du wär. Und dann sagt man nix. Boah, mach die Tür auf. Ja mach auf. sind da auf 100 mal zu drücken jonas umschluss die ganze Zeit religiöse und du bist gemütet okay bei mir gibt es einen Joghurt ich will sie mir nicht und ich will nicht bei mir keine Ahnung kommen dann nicht so wieso geschießt und war mit der Feuer was passiert da liegt vorhin auf einmal jemand geschossen ich wo ähm vorne beim Schiff auf einmal auf dem Weg mit seiner Landtag Feuer und ich habe Schüsse gehalten die immerhin schon erschießt und er ist gestorben wir wissen es ja nicht so wie ich mich nicht mehr ich bin vorne am Schiff hier ist aber keine Leuchte um soll ich Dings töten der allerdings ja auf Kreuz er ist eingangs und soll er lassen nehmen wir würden die an die Sonne weil ich oder nicht mehr es ist wieder nein das ist ein Essen gegangen er war es dann das war jungen auf mich wird geschossen auf mich wird geschossen jawohl wo bist du sind sie sind sie ich habe nicht mal eine Wasserhalte das ist aber kein Grund dass du nicht dass du nicht Dressa sein könnt ja schön aber finde ich mal da habe ich eine Mac 10 da geht es aber hart zur Sache oh wirklich ich warum werde ich eigentlich immer nur in uns sind ja weil du Pesch gehabt hast und weil wir nur ein Twitter ganz ehrlich steht vor mir wenn ich tot bin ist er okay und wenn ich tot bin ist es was 2 2 2 das ist ja das ich finde nun warte 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 hiech blut wartet ab und schon wieder ich habe alle getötet werden anziehen als wir nicht dann miteinander also ohne Spaß nicht mehr lustig ich habe recht alle ich habe immer mit einem Tisch gehauen und habe dabei verletzt werden wieso das dann bleiben weil ich aggressiv war ich habe euch auf mein Telefon zu machen ich habe nicht mal aber doch die Leiche der Internetthecke versteckt da jemand sagt dass er die Beispiele ist ich hätte nicht gekehlt wenn es nicht so gelegt hätte man sagt mir vorbeigelobt was so und zuerst ein bisschen gelegt ich habe nichts mehr gehört aber was drauf geschossen ob kommt dass er nicht hat die Gegend als ich werde immer sein wie Juni noch schreibt Giga ist es Giga ist es und auf einmal da lebt keiner mehr ja muss ich das wissen Sack Thomas weil ich werde ich kein Traitor mehr oder drei Minuten alle geht nicht oder ich bin Traitor wenn ich sterbe ist es Tressi ich bin Traitor wenn ich sterbe ist es Tressi los äh ja ich äh wie denke ich dass es Tressi ist ok was war das was war das Hauer ok das ist glaube ich schon mal nicht wo bin ich hier wo bin ich hier warte wer ist gerade gestorben also Tressi war bei mir und ich war bei Tressi das heißt wir haben nichts gemacht nee oder oder warte mal ich bin bei Juli 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 warte mal wer ist nochmal von uns aufkommen ich bin bei Juli 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 ja warte ich muss ein Schatz schnappen wo seid ihr wo seid ihr irgendwo sei das ist Wissen wir mal zu 100% wie das ist. Warte ich echt irgendjemand AFK? Ja, der ist aber schon rausgegangen, oder? Essen. Oh, ich wollte gerade übrigens zurückgehen. Alter, ich wollte mal auf solche Geräusche zumachen. Zinzler, was ist das? Nee, mein Brunner schreibt mir ein fremder Verständnis. Sind Sie das hat geschossen? Ja, der kann so sein. Ich war bei Tritz und ihr beide warst das so. Und sind sie immer alleine, die schießen. Die man sterben. Also. Janine Schraubkattel, anbietend. Ich habe die Leiche gefunden. Warte, 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 warte. Was, was das ist, ich tue, warte. Es hat mir, ich werde, der T-Porter ist in England. Nee, einfach nicht. Was für Teleporter? denn wir wieder der spiel ist ja gerade also der fm der dritte ms hat sich ich glaube irgendwo noch hinten zum schiff bewegt gleich oder auf jeden fall noch unten weil das sind die da müsste erst ich habe angst er hat sich auch noch von teleporter okay warte wer liebt noch alle aus interessieren Julio sicher ob angst ja wo bist du wir müssen sagen vorne treffen ich bin vorne am Schiff da ist ja ich bin bei Jäger das ist doch der nee nee die dann aufkommt Wartmann Juli bei wem musst du ich war bei Sinssen hat geschossen so ich hab neusten gekillt wird mal ich hab neusten gekillt Julio oder Julio Sinssen das glaube ich wird das kann ich ein Zeichen bis es wirklich nicht ich vertraue dir ich glaube was du bist du musst mir nicht vertrauen gehen einfach aus dem Weg ok ich weiß nicht mehr wo ihr seid ja ich komme jetzt zu dir warte du kommst jetzt zu mir weißt du wo ich bin ungefähr du weißt du weißt Alter Sinssen lässt ja er ohne Spaß setzt ja was ist wenn du jetzt weißt wo ich bin ja Oh, wie kommt man da hin? Nee. Ich finde den Weg nicht. Sorry, ich finde den Weg nicht. Ich weiß ganz genau, wo du bist, aber ich finde den Weg nicht. Okay. Ah, hier. Hier, glaube ich. Ja. Äh, oh. Ich bin hier, was ich hier? Ich bin hier, was ich hier? Ich bin hier. Hallo? Hallo? Julie, du bist es. Oh, ne. Hallo? Jonas ist gemütet. Jonas ist gemütet. Nein, Thomas ist auch. Puh! Durch was wurde ich getötet? Durch meine Bombe. Alter, ich habe mir gedacht, hey, was will ich stoppen? Ich war hier ganz alleine. Julie, pass auf, das ist nicht zu lange. Nein, 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 nein. Ich habe zwei Bomben geblendet. Wie geht es? Es ist die, wenn man mit dem Erläufer nach einer bestimmten Zeit, einer bestimmten Zeit ist es, oder? Wir haben nichts betrieben. Genau da, wo ich wohl nenne. Genau und bei Trissi genauso, gell? Hm, schön. und ich weil man das ist so gut gewesen das als Abschluss aber wie oft wie lang war den Warten aufwurteilen Bede ich habe mich nicht wir sind in den Köln aber man kann das so umdrehen nicht wirklich jetzt in den tisch nehmen nimmt irgendwer nicht auf das Beispiel die Lüge und wenn wir angefangen Prozent eine gute Idee gewesen aufzunehmen nicht mehr aus dem Jahr nun gehört geschossen am Standort der Besserung die München glaubt ich gerade ist eine halbe Stunde der Hauptbesitzung an der Schmerz 48 Minuten doch kann nicht sein 48 Minuten ja wir haben so gegen 8 Uhr angefangen ja es kann sein und hier stehen wir haben weit danach am mindestens eine halbe Stunde die E1 zu mal gucken wie lange es ist noch dauert und ich sage es ist kein ins zu zum Abschluss haben wir die Lärmung am ja man sieht die hier steht man ist meistens bestätigt auf kaum und da müssen wir abdecken und da müssen gehen die man es auch sagt so bekommen Leiste das wird weitergeht und ein direktiv vorgesehen und hier hat die hier äh Thomas Thomas war ich einmal zu erinnern sind wenn ich da war er aufgenommen hat das nur die Waffe als ich eher auf Kameräle ich werde das nachfahren leistungs- und die Künstler okay war und sind okay war das heißt du bist jetzt nie das ist schon ich habe müssen ein ich habe mir in der Klinik damit sie nicht ach so jahre sind mit diesem Problem von um er sie ist nicht weil sie sind unter mir angezeigt und in meinem Körper erschießen der schießt ich kann sich gewesen sein weil ich erschien nur in den Wochen und er sich so an sie ist die Glocken und die ich weiß es ist ich weiß es ist dass sie noch werden ich habe die Person gesehen aber ich nach oben darf wird noch wie sie weiß das hier ist es so heute sehen sie es war bei mir jeder hat ihn wollte er die komische M gestreiften Anzug hat den Grau und Schwarz der Mann wir haben ja noch mal oder er nimmt die Hände gehen jeden Tag in Klaschen Adler ist Jonas und hier kommt dann auch mal kurz die Leiche zu wer sind wir es sei überhaupt ein neues Leben wollen und wer ist es denn jetzt Nussleben und sind auch ein Ziele seit Minus ein Punkt ab und ich bin hier an der ersten Person aber hier war ich habe einen Baum habe ich den einen hier wurde geschossen hier war nachdem hat und dann wurde von oben geschossen von der Treppe oben von der Treppe hier oben bei der Treppe also ich bin hier oben ist abgültig und als von der Stadler das habe ich geschossen dass sie mich tut bist du für ihn sind ich sage jetzt ein heißer die Drogen sind zulässig erhältlich nicht nicht ich kann man sich jetzt kostenlos mit meinen Waffen und nicht kommen auch wechseln ja schon aber ich habe ja sie ist er schießt ich stelle es hat geschossen auf dem Boden dort ist immer warum ich ja nicht ruhig weil ich tot bin mit einem ist der echt hallo was ist jetzt los was ist das ich habe er muss mich kurz wer war es jetzt ich hab nur schüsse ich hätte am anfang ich hab nicht gemerkt ich hab nicht gemerkt ich hab nicht gemerkt ich hab nicht gemerkt wo er ist dann ist was du nicht tun wo du noch gehen nein ich war nicht ich sage immer ich bin tut wenn ich in und er bin ich erleben muss man sagen wenn auch mal jemand war schon drei mal ja in einer Runde BKM 16 16 wurde ich wurde schon so lange wenn es nach der Aufmerksamkeit nicht geprägt werden und das sind alles sind zu lösen ist japan von der Pro wir werden bei so einem Stuttgart wenn ich jetzt wirklich dann scheißt du ich bin es für mich ich hätte es ja so glaubwürdig in unruhig wenn es schon mal ein bisschen ist kommen wir guckt abends mache ich einfach mal ich habe alles wieder ich bin weil ich hatte gerade noch hier gehauen du weißt schon dass man da nicht weiter kann du schon nie was ich nicht nur kreifen gegen ach ja als jeder für wir töten jetzt warten wir hatten auch gesagt er ist kein Nietzscheiter wenn sie nicht mehr schütteln ist es wird sein soll dass ich bin schädig mich nicht ich bin weil ich nicht nachdem habe ich aber zu verlocken alter gelb er kämpfen okay war nicht wenn ich jetzt wird sie töten 3 warte dann geht es nicht nee ich bin ich nicht alles stehen bleiben wartet konnte ich will wissen jetzt alles da ist ich muss doch du bist doch ich weiß nicht nur noch mal ich weiß nicht wo es sei ich habe keine Ahnung ist an die Mannen waren aber stehen wir haben es worden und die Warte und die Warte muss ich wusste wo es ist wo ich weiß wo es ist wo es ist er vor allem Prozent Warte das ist doch die ist es jetzt letzten Mal oder weil es würde ich also trissi trissi hat die gerade erschossen vor unserem augen war vorige länder macht er stimmt ich bin ganz hinten am schiff in der seite also ganz ehrlich ich glaube julio oder die ganz hinten am schiff oder ich weiß nicht wie man hier durchkommt ich bin 100 pro inno ich war da zweimal in folge glaubt man nicht mehr so schnell warte warte ich will es töten alter ich will wer schießt wer schießt mann ich weiß nicht ob ich jetzt wirklich machen soll okay wer weiß was weiß ich habe mann da will man einfach johannover aber weißt du ich wollte gerade ein Teamsteak schreiben komm leise ja schüsse ich bin auch in nun das mal alle juli töten wenn er kommt und dann möchtest du es einfach ein halber geht und ihm wer hat den getötet ich habe eigentlich haben trissi hat senseless getötet er hat die gegenseitig gedacht dass wir es sind nein nein ich wollte einfach mal da hat er mich getötet dann hat er Trissi getötet und ich wollte ihm gerade noch so in Chat schreiben ja komm ich bin in und lass mal wenn ja was kommt einfach mal alle töten der war mein zweiter Verdacht aber du warst so da dann hättest du mich töten können das wollte ich nicht ich stand über dir ja und Trissi stand neben dir da will man einmal jolo machen dann war juli alle ja klar die Verklau macht's kein Bock das ist wirklich gedacht dass wir das sind äh bei ähm nie sollen so ein Jahr habe ich es gedacht aber bei dir nicht na ja scheiße noch jemand ich kann ich muss eine Stimme aufeinander halten können okay wer ist das nur mein Gott ich werde es jeden töd ich werde es echt jeden töd ich werde es auch mal ich bin weiter nehmen warum auch so ist ja das dauert er noch kurz auf ich bin es war gerade in Null Sekunden jetzt dauert es noch mal 30 ja ich bin halt in nee es sind immer noch 20 oder ich bin da auch wieder als ich bin später das richtig witzig wäre wenn er wenn er kurz an Träger bei ihm und um er dann die nächste und auch später lässt zu Teilen und später wäre doch wohl das Kinder und die gelten okay wie soll ich da wo vorher ich darf das mal nicht rein ich bin für mich oder sind Eno in der Nähe des Träte Juli ist es Sünze Lüß Juli ist es aus Prinzip Sünze Züge Sünze Lüß denn das ist auch gut wie sie ist bei mir wenn ich sterbe ist es sich Sünze Lüß ich weiß nicht warum oder man kommt auf die Schöne kommt auf die Schöne okay ich glaube es ist etwas Juli es ist eher es ist sie ich glaube es ist Jonas äh wieso Trissi oder Sensors weil weil äh keine Ahnung weil halt also ich glaube Trissi oder Sensors also ich bin es jetzt gar nicht genau am logischen vor keine Ahnung wieso aber kommt mir am logischen vor oh mein Gott der Zauber äh Zaubertisch sprengt sich uh darf ich einfach den beiden töten ne oh hast du Juli glaube ich das siehst du doch noch mal nicht obwohl ich Juli mal als Hauptverdächtigen hab Juni ist Trissi und wer ist nebendran geh weg wenn ich gleich und da ist Josch Jonas schalter ping pong Alter ich hab grad irgendwie Trissi weil die sagt ich soll weg gehen und jetzt die Sniper also ich kann auch wer weg ich kann auch weg gehen deswegen dachte ich deswegen denke ich dass die mich weghauen will und dann zum Schutz hat okay ich hab ihn getötet weil er nicht weggegangen ist wenn ich sterbe ist nee okay von oben von oben sind Schütze gekommen schau mal zum Turm hoch zum Turm warte warte weg ist doch um jemand ich sehe keinen also bewegen mich mal jetzt in Richtung dorthin hier ist nicht so intelligent okay auf uns wurde geschossen da auch also andere Variante ist das ist ähm hier Dings ist Josch Jonas ja erweilt der ist im Schiff verschwunden dann kam die Schüsse und dann kommen wir wieder raus aber Juli ist ganz still jetzt ist Juli zu versträten bei einem wenn jemanden sieht okay die Tür zum Entrums offen das heißt dass wirklich immer drin hier ist Blut und Einschlusslöcher im Turm drauf am Turm da liegt Josch schne oh nein 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 da Mon Vielen Dank. Ja, du bist oben mit einer Sniper, ich sag fünfmal Sensei, 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 du antwortest nicht. Das hat mich so gut. Aber mein Turm war immer noch der beste, ich bin einfach durch den Zauberduch gestorben. Ja, aber ich hatte keine Sniper. Doch. Ach nein, die Meckten. Ja. Es ist mir egal, du warst im Turm, du warst oben im Turm, ich sag zu dir fünfmal Sensei, du antwortest nicht. Thomas K.O.S. sagen wir einfach so. Dann weiß jeder, wenn ihr in den Turm geht, dann ist er... Nee, muss nicht sein, vielleicht will auch einer, muss da oben mal die Lage checken. Ja, aber... Aber ich war auch im Turm. Ich war auch im Turm. Also, wer war jetzt eigentlich Traitor? Ich. Jonas. Ja, Jonas. Ja, genau, ich bin dir so schön in das Gesicht geschnallt. Was? Ich habe an meine Waffe geleckten, sagte, du tretierst du, tretierst du, tretierst du, tretierst du? Das ist doch von ihm getötet, das ist doch nicht klar, dass er Traitor ist. Inno, ich wäre, ich meine, es hätte er aus anderem, was? Inno, wenn ich sterbe. Nee, 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 das ist nicht mehr, das ist nicht mehr in Ordnung. Was denn, warum bist du gestorben? Warte, 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 hier, 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 Janis. Was ist mit? Du bist hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, du bist, also durchgeschossen. Ja, in die Zeit. Auf dem ordentlich Worte, nämlich die, die ich darauf habe, wir es hier, warte, ist so scheiße. Wenn ich sterbe, ist es, äh, nicht. Äh, hello, what the fuck? Jusik, komm mal ganz kurz zu mir her. Jusik, komm mal ganz kurz zu mir her. Nee, hier unten, wenn ich tot bin, ist es hier unten, unter den zweiten, unter den letzten oder der Burg. Also, du bist Täter. Nein, ich will dir was richtig komisches zeigen. Ja, ja, jetzt durch. Nein, guck mal, schau jetzt mal hier durch. Warte, 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 ich bin hier unten, ich komm mir nicht weg. Es hört sich hinterher, ich geh mal weg. Du kannst doch hier das Bett hier, guck mal, das Bett. Wenn du da drauf schaust, passiert ja nichts. Aber wenn du jetzt da reingehst und da drauf schaust, siehst du irgendwie, siehst du da durch. Hä, lol. Wo seid ihr denn? Ich bin dann auch der etwas lollehafte. Okay. Okay, ich glaube, Janis ist innocent. Ich, ich bleib mal bei Triss. Weißt du, das mal geil wäre? Da, einer ist Traitor, denkt die ganze Zeit selbst jetzt immer, weil es zu blöd ist, da hinzuschauen, macht die ganze Zeit passiv, obwohl alle Leute töten könnten. Äh, meine, ich bin eine Feuerwehr, aber sie ist nieder. Arme schreit schon gerne an. Ich habe eine Schott gar nicht, das hätte ich viel anders an. Ich hab nicht, meine Moni, ich werde mich auf gar keinen Fall einlassen. Jetzt habe ich meine Moni. Ich bin tot. Nein, nein, bin ich nicht. Ich bin die falsche Waffe. No, wie macht man das zu? Ich glaube, dass es gar nicht so ist, oder? Wie macht man das tot? Okay. Dann will gerade immer mit jemanden alleine sein. Da war es was ein Zeichen. Äh, ich denke, Triss ist tot. Okay, dann mach's jetzt, weil Triss war gar nicht bei Triss. Ne, Triss lebt noch. Ja, ich bin. Ich habe Angst, ich habe Angst, wenn ich sterbe, Triss. Welch guck auf den Boden? Ähm, wenn ich jetzt sterbe, Triss. Ähm, wo bist du? Was denn? Ich denke, die Tür verlaust. Jonas kann es nicht sein, weil er hat mich gar nicht getötet, obwohl ich auch habe. Aber aus Erfahrung weiß ich, dass immer die Leute, die irgendwo drin backen, weiß es dann immer die Traitor sind. Okay, wir sind zufrieden. Ne, ohne Spaß jetzt. Äh, du brauchst, ey, ich bin schon zweimal im Tag gebacken, ich weiß nicht, man kann rausgehen. Man muss sneaken und dann rausgehen. Ne, ich bin die ganze Zeit im Sneak, da passiert nichts. Ich gehe immer ganz kurz. Ah, jetzt, okay, 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 ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus, kein Problem. Ich habe eine Taktik, ich habe bis jetzt zweimal gepackt und dann mache ich immer den Traitor, also es ist Juli der Grapp, ein Traitor. Ich bin auf dem Turm. Also ich töte Juli, wenn ich in Vorbereitung mit vor die Füße läuft, offiziell. Achtung, es ist bei mir, es ist bei mir. Kann ich, ich gebe dir Hatschon. Okay, es ist Lassi. Wenn ich sterbe, es ist, 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 es ist, es ist Juli. Okay, tue Juli. Warte, 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 es ist ein Traitor. Soll. Juli, du bist jetzt, es ist tot, er hat sich getötet. Juli, du bist jetzt sterben, so, dass sie kreit. Warte, wenn Sinssys tot ist, es ist tot, dann nehmen wir nur Jonas, äh, gigantisch leben noch. Okay, Juli, was? Juli, was sogar? Wie geil, ich bin natürlich, was die ganze Zeit nichts gesagt. Ich bin ein Schini. Scheiße. Juli, ich bin ein Schini. Du bist ein kleiner Wichser. Ja, und ich bin an deprimierter. Wer war oben auf dem Turm? Ich? Na, ich, ich war. Ich habe es 3000 Mal gesagt. Ey, guck, wir zwei sind in dem Wasser. Ich weiß, ich bin reingefrogen. Mit sich an dem Wasser. Weil es unnötig ist, ich bin auf dem Turm gelandet. Und dann weggeflogen. Ja, und trotzdem bin ich noch ins Wasser gekommen. Ne, du bist weggeflogen. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Ja, ja, ich habe es auch gerade gesagt. Das ist ein sehr 쉬es Français. Ich bin auf dem Weg. und ich bin die prämie ein welcher unter das wasser hier ist jonas jonas alter jonas ich gehe mal ganz kurz in den tour juli jonas jonas hat zwei schossen durch nein das war wirklich nicht nur die wird er jonas ist auf die schwere jonas hat geschossen jonas wird es offiziell getötet von einem gejagd und angehasst jonas sind ich noch mal alle jonas auch von dem die reiten durch das ist jonas hat nicht geschossen guck ich hab nicht geschossen wer was wer was nicht wer hat mich abgeschossen ich orsch lecker blut mann soll ich was sagen ich bin ich werde nie töten wollen dir backen Patronen Eier die ich habe auf dich geschossen warum ich bin hier nicht ganz sicher ich bin deprimiert das habe ich keine Moni mehr alle Prissi war oben auf dem Zungen ich habe doch gesagt ich gehe auf ja ich bin auch nicht habe ich nicht gehört tut mir leid ja sie aber wirklich gesagt dass man sich zu tun ich bin ich nicht ich bin im Leuchtfeuer ich bin ein Gangster dann gehe ich auf dem Team ne wissen nicht oh ja nie ich hab die Glocken ich hab so eine geile Boxenalber Position ok da ist gerade einer glaube ich irgendwo runtergefallen ne ne doch da hat gerade jemand Schaden bekommen ja ich Innocent in den Turm halken 8 er hat noch mal die ganze Zeit gesicht auf dem Trieger von participation um ich erkläre es zu den Turm denn gegeben kürze sicht-ütt accomplished ja richtig bin ich bin ich bin bleiblerin rauf so ist nicht um ich kann auch mal zu tun und hatte dass hier ab ab�ieren der Windemper also entweder okay jonas kann es nicht sein er hat warte stopp wer ist hier lang gelaufen hier ist hier ist senseless hier siehst du mich hier unten hier ist senseless hier hier wo ich stehe warte wer lebt noch hier ist eine leiche sind ja senseless nee oder doch warte 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 wenn trissi gesagt hat hier sind leiche und sie nicht hier in der nähe ist wo ist sie denn das ist eine leiche ja das ist ein leicher legende geleistet da muss das giga chips sein ja muss es ja stimmt warte warte was ist das hier bei mir von wem ist die leiche jonas wurde gerade von trissi getötet ich bin noch immer deprimiert ich finde sie nicht und natürlich ist nicht da giga giga chip eine runde und kippt gefällt ich gerne da ist die warte ist fertig wo ich trissi beginnend auf die suche genau ist die runde nicht nein halt die fresse warte wo gehst du hin ich schaue nach hier ich suche nach hier ja wo meinst du sie ist echt hier ja natürlich die hat gerade jonas umgebracht dann war sie auf einmal weg ich glaube ich weiß wo sie ist ne ich bin gerade was du da warst du da warst du runtergekommen genau das kann da nicht sein aber ich weiß wo sie ist naja triss ja nur ein paar minuten 23 das juni ja ich bin hier ich bin hier ich bin hier die mal rechts auf das schiff vielleicht ist du da wollte ich gerade wenn ich komme irgendwo gleich lang und sie tötet mich wenn dies liegt sie hier irgendwo durch oder so warte bis jetzt auf dem schiff okay weil ich bin im schiff dann gehe ich in die andere richtung ich bin im schiff du bist im schiff ja ich bin was machst du im schiff ja kommt man geschickt ich glaube sind es sagt sich gleich in hohe nach sich nicht holt weil es trissi und sicher die ganze hinterher läuft oder wie die ganze landes wobei laufen ich versetzt wo ist die da können wenn du stirbst sagt einfach wo du bist okay 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 ja ich bin im turm siehst du die siehst du sie wenn wir angegriffen werden warte ja hättest du mal auf meinen kopf er wird bloß das vertrauen gewinnt oder hat es und teleporter ein teleporter ich habe gedacht es werden es ist ein neues ja mal ganz ehrlich jetzt kommt sich immer was im triss ich werde nicht normal ihr habt alle immer wenn ihr tritt seid hat sie keine einzige ich habe immer teile ich habe alle ich habe alle meine drei coins verbrauchte ja was hattest du jetzt radar und ich habe mir nur 16 punkte ich habe immer radon teleporter dabei ich habe mal ich habe ein radar body armor und dann habe ich noch zu viel und trissi hat mich ja bei mir einmal eine runde sie hat doch echt jemand getötet echt ja ich glaube sogar mich weil ich bin im turm gewesen das anworte und warum hat denn die jahre ist gesagt dass sie kreis hier auf ihn schießt ich habe immer mehr tritt und ich bin schon wieder in reise das ist nicht nur noch mehr nehmen in den jungen als trete bänden ich ich brauche ich will die haben als einziges noch 1000 Wer ist das? Oh, oh! Okay, ich geh weg, ich geh weg Hey, ich hab doch auch 1000 Ich zieh dann boh Ich zieh dann boh Herr Jonas, Herr Jonas Ähm Okay Wer ist hier Trissi, Trissi? Warte, 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 wo seid ihr? Wo seid ihr? Warte, Trissi, was steht bei dir? Trigger Happy Was? Bei dir ist die Trigger Happy Bei dir ist die Trigger Happy Dann könnt ihr euren, wenn ihr mit einem Skype über Teams spielen Dann könnt ihr ein richtig gut ausspielen, äh, spielen Du musst ihm einfach so, ähm, dornen, dass du inno bist Beste Idee aller Zeiten Okay, okay Thomas stand gerade still Ja Du hast gedacht, er wäre Traitor und hast ihn getwittert Ich vertraute sie gerade nicht Das ist das Okay, ich geh Trissi gerade jagen Ich geh Trissi gerade jagen Joli Weck dich, Joli Wie sagst du mich geschossen? Ja, weil er gesagt hat, dass er dich jagt Tja Wer war's? Ich bin runtergefallen Joli, wie sagst du mich? Du hast an mich geschossen, ich wusste dich töten mit mir Du bist still gestanden auf der Treppe Du bist still gestanden auf der Treppe Nee, nicht mehr Acceptable Nee 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 Ich glaub, dass er sich jetzt richtig gestresst Ich glaub, dass er sich jetzt richtig gestresst Komm, 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 ich gehe in eine Runde schwimmen Moment, das macht los Du bist still Ich bin minus 10 Weil ich gut bin Ja, weil sie mich letztes Mal random gekillt habe Wie Okay, alle Okay, alle Letzt Allerletzte Runde Ich bin deprimiert Nee, echt? Joli, wie sagst du die Jagd auf mich gemacht, ey? Du bist still gestanden Das ist dein Problem Das ist dein Problem Selbst wenn ich könnte als Trader weiterlaufen In einem Schmerz wieder unten still Ich würde immer wenn ich die Trader schon bin Ich würde nicht still Ich war zu doof, um die Leute runterzugehen Das kann nicht wahr sein 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 Oh, Alter Lass mal ne random kill Runde machen Nein Der Scheiße Als letztes Letzte Runde muss ich meine Karma noch hier aufrunden Also, Trader, komm mal her Das schaffst du nicht mehr Das schaffst du nicht mehr Warte, wir Das ist doch okay Alter Was war das? Alter, wer schießt hier? Ich glaube, Juli ist es Ich wollte da nicht sagen, es ist ein Rap Nein, ich habe kein einziges Dings abgefeuert Ich war gerade eben Ich war in der Map schon zweimal Ja Ja Also Das war natürlich jetzt scheiße Mann Ich hab gesagt, ich will ne gute Äh, ist egal Gut, das war sie auf jeden Fall von der Special Folge Oh, alles Du fliegst mit mir den Tor Ja Wir haben einmal unsere komplette Maps durchgemacht Und dann würde ich sagen, sehen wir uns Das nächste Mal bei der nächsten Aufnahme wieder Let's say Und da hoffen wir dann auch mit zwei Traitor Also Ja Ich bin deprimiert Tschüss 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 Tschüss